Ich kann euch eine schöne Nachricht geben und zwar Baraka Group möchte euch Danke sagen. Wer sich erinnern kann und zu den frühen Followern gehört, das allererste Baraka Group Video war von mir neben einer Palette Palästina Medjul Dattel. Und jetzt ist ein Dankeschön Video auch wieder neben einer Palästina Medjul Dattel Palette. Aber es ist nicht dieselbe. Ihr habt nämlich diese Palästina Medjul Dattel super krass gefeiert. Also erstmal natürlich, ihr habt die Videos gesehen, dass die richtig aus Palästina kommen, dass 1 Euro pro Tüte zum Beispiel geht auch noch an Waisenkinder. Das hier sind ja 5 Kilo Pakete und dass die freien Bauern in Palästina gefördert werden. Ihr habt das alles gefühlt und habt das alles gefeiert. Übrigens kann ich euch da direkt mal eine gute Nachricht geben. Und von 13.000 Tonnen wird das Produce Volumen, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, auf 30.000 Tonnen von diesen freien Bauern vergrößert. Das könnt ihr euch dann selbst ausrechnen. Aus 5% freien Bauern in Palästina werden dann also über 10%. Bis 2025, das ist der Plan. Und es läuft sehr gut, weil inzwischen wirklich immer mehr exportiert wird. Also die Datteln sind so beliebt. Schaut mal in die Highlights rein, was die Leute für Bewertungen gegeben haben. Und das ist echt krass, man. Leute, die vorher keine Datteln mochten, schreiben rein so, jetzt mag ich Datteln. Meine Kinder mochten vorher keine Datteln. Jetzt lieben die eure Datteln. Leute, die Dattelkenner sind, so richtige Kennerfragen vorher schon im Chat geschrieben haben, sagen, ey man, ich muss echt sagen, das ist eine krasse Qualität. Das ist ja auch A-Plus. Das ist A-Plus-Qualität. A-Plus und Premium ist weltweit die höchste Klassifizierung, was Datteln angeht. Auch bei Datteln gibt es D-Stufe, B-Stufe, C-Stufe, A-Stufe. Und A-Plus ist einfach das höchste, was es gibt. Und dementsprechend kosten die natürlich auch für Baraka Group im Einkauf. Aber wir haben uns alle daran gewöhnt. Leute, die vorher Datteln mochten, die haben jetzt Probleme, andere Datteln ernst zu nehmen, wenn sie sie zu Hause in ihrer Schale haben. Und so geht es mir übrigens auch. Und so hat Baraka Group keine Kräfte und Mühen gescheut und gesagt, wir wollen unbedingt wieder Palästina Medjul-Datteln, aber es muss A-Plus sein. Gibt es nicht mehr. In dieser Saison gibt es keine A-Plus-Datteln mehr. Da gibt es andere Länder auf der Welt und andere Dattel-Diebhaber, die das ähnlich sehen. Also, diese Large A-Plus gibt es nicht mehr. Aber Baraka Group hat gesagt, wir wollen nur A-Plus. Wir wollen nur A-Plus. Wir wollen diesen Höchststandard halten. Es gab nur noch Jumbo A-Plus. Also noch eine Stufe krasser, noch eine Stufe größer. Und das hat Baraka Group auch 1000 Euro mehr im Einkauf gekostet, als die Palette vorher Large gekostet hat. Large A-Plus war ja vorher diese beliebte extreme Dattel bei euch. Large A-Plus ist schon groß. Das ist ja schon Large. Erklärt sich ja vom Wort her. Und jetzt ist Jumbo. Jumbo A-Plus da. Also, gleiche heftige Dattel. Gleiche A-Plus Premium Qualität. Aber sogar noch Jumbo, noch etwas größer. Und jetzt kommt es als Dankeschön für euch zum gleichen Preis, als wäre es Large. Obwohl es im Einkauf mehr gekostet hat. Obwohl normalerweise eine Jumbo-Dattel mehr kostet, als eine Large-Dattel. Wir bleiben bei den alten Preisen. Ein Kilo, 13,50 Euro. Fünf Kilo, 59 Euro. Und über den Ramadan hinweg kann sich jeder bei Baraka Group direkt erkundigen. Auch für Mengenrabatte. Im Ramadan werden Mengenrabatte gegeben. Ab 25 Kilo. Baraka Laufikum. Jeseckum allaukhayran. Möge Allah SWT euch rechtlich belohnen. Baraka Group Business mit Principien.